Wir wollen über die Situation sprechen mit Arne Lietz, Europaparlamentarier der SPD. Sie waren gerade in Diyabakir. Wie beurteilen Sie das da jetzt? Ist das praktisch eine logische Kette der Gewalt, die dort jetzt losbricht? Ich war noch am Sonntag in Diyabakir, wo wir Solidarität gezeigt haben mit den Bürgermeistern, die dort inhaftiert waren und wo der Gerichtsprozess genau an dem Tag anstand. Von daher war das Rathaus geschlossen. Nur noch Mitarbeiter können rein, die Festplatten sind entnommen worden. Und in der Tat, an dem Abend wurde der Gerichtsprozess dahingehend erstmal so weit geführt, dass sie weiter inhaftiert bleiben. Und es gibt eine weitere dramatische Zuspitzung. Selbst in Diyabakir wurde heute Nacht der Vorsitzende der pro-kurdischen Partei HDP gefangen genommen. Und von daher im Hintergrund gibt es jetzt wahrscheinlich auch die Anschläge, die wir heute Morgen vernommen haben. Und da muss man vielleicht noch mit Schlimmerem rechnen, auch in den nächsten Tagen? Ich hoffe nicht. Wir haben allen Seiten von den Europaabgeordneten jetzt am Sonntag, die mit dabei waren, allen Seiten gesagt, dass wir hier erneut Friedensverhandlungen brauchen. Die Situation darf sich nicht zuspitzen. Wir haben allein jetzt schon mehrere hunderttausend Kriegsflüchtlinge, Binnenkriegsflüchtlinge, vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation im Südosten der Türkei. Und das darf nicht eskalieren. Hier liegt es auch an der Regierung Erdogans, nicht weiter die Situation eskalieren zu lassen, die Journalisten, aber auch die Politiker freizulassen, die hier unter dem Generalverdacht der Terrorsituation einfach festgehalten und inhaftiert wurden. Auch Außenminister Steinmeier reagiert und bestellt den türkischen Gesandten ein und spricht von einer drastischen Verschärfung der Lage. Und auch der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sieht die Demokratie dort in Gefahr. Hören wir mal rein, wie er die Situation beurteilt. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Erdogan die Türkei in eine Art Diktatur verwandelt mittlerweile. Die Begrifflichkeiten sind dieselbe. Er redet von Demokratie, meint damit aber nur Demokratie für seine Anhänger. Er redet von Pressefreiheit, meint damit aber nur die Freiheit, dass man ihn huldigen darf. Alle anderen kritischen Journalisten werden entweder eingesperrt oder mundtot gemacht. Das hat mit einer normalen Demokratie, wie wir sie im Westen definieren, nichts mehr gemeinsam. Das ist eine Beurteilung der Lage, die viele teilen. Was ist denn jetzt politisch zu tun von Deutschland aus? Zum einen ist Solidarität zu äußern. Und zwar nicht in der schwachen Form, wie es die Bundeskanzlerin getätigt hat, sondern wie es Martin Schulz getan hat, der ganz klar gesagt hat, dass hier eine Linie überschritten wurde. Es sind fatale Entwicklungen. Ich selber rede von einer wachsenden Diktatur, die wir leider Gottes hier erleben. Und das heißt von europäischer Seite auch deutlich zu machen, dass zum einen jegliche Diskussion der Todesstrafe bei weitem nicht zu einem EU-Mitgliedssituation führen kann. Und zum anderen selbst die Frage nach der Visaliberalisierung hier wegen der drastischen Anwendung der Antiterrorverordnung hier in weite Ferne rückt. Und wir uns hier dementsprechend klar aufstellen werden und Solidarität mit den Journalisten, aber auch mit den inhaftierten Politikern äußern. Ist in Sachen EU-Beitritt vielleicht einfach mal ein definitives Machtwort notwendig? Also das Machtwort setzt sich Erdogan selber, indem er nämlich die Frage der Todesstrafe erneut aufgemacht hat. Wohl wissentlich, dass er hier einen No-Go-Bereich betritt und vor dem Hintergrund gar nicht damit rechnen kann. Und vor allen Dingen, ich schätze eher so ein, dass er das damit insofern gar nicht mehr weiter intendiert. Annaliz, vielen Dank. Ciao.